Was willst du hören? Was willst du? Hast du besch... Luigi, du machst mich unglaublich traurig, Luigi. Du warst wie ein Bruder zu mir, Luigi. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Gorn. Wir sind dieser Mann hier. Wow, wow, wow. Und wir können laufen, indem man rudert. Ja, ja. Also, wir ziehen hier mal auf. Und starten. Was ist denn das? Habt ihr das auch gesehen? You look at me when I'm talking to you. Make a fist to show me you know how to fight, okay. Okay, now salute me and do battle. Ahoi, Dipp. Oh Gott, okay. Ah, Palimpa. Die ganze Wasserköpfe. Wie lauf ich jetzt? Ach so, ja, warte. Ich hol mir von der Seite, die Drecksau. Alter, ich bin so stark, alter. Oh, fuck. Schasam, Bits. Bleib bloß. Oh. Oh. Hallo. Mhm. Victory. We have a winner. Raise your arms in victory, peasant. Warte kurz. Die fallen einfach durcheinander. Das ist ja so total als fucking behindert, oder? Also, ich merke so ein bisschen diese angehende Emotionssickness, wenn ich mich so bewege hier durchs Spiel. Ich spüre, wie mein Körper so denkt, what the fuck, dude? Wir bewegen uns, aber irgendwie nicht. Komm mal her. Komm mal her. Ich helf dir auf. Komm her. Komm her. Alter, was ein widerlicher Penner. Okay. Boah, Mann. Hast du noch was von mir gewollt, zufällig? Hast du schon mal meine Mutter irgendwie gesehen? Ist das geil. Okay, Achtung, warte kurz. Da ist irgendwas. What the fuck? Da kriegt der Greenscreen. Scheiße, Mann. Ich brauche... Oh, fuck. Ich brauche... Achtung. Was sagst du? Uuuuh. Fällt auch der Arm ab, oder? Das ist halt nicht leichter als Metzger. Okay, warte kurz. Wo bin ich jetzt hier im Raum? Kann ich mich ja nicht etwas schmeißen, ja? Ha! Mein Traum ist übrigens, hier einen großen Greenscreen zu haben, der von der Decke runterkommt. Dann schlage ich mich ja dauernd dagegen, weil ich ihn halt auch ganz weit und breit und hin und her... Es ist... Ja. Naja, so rollt so gut, ne? Das Metzgerhandwerk. So, das ist aber ein gutes Stück. Das kleine hier. Das kleine hier. Oh, fuck. Nehm doch die Münzen. Ich konnte nichts zu euch schmeißen. Ich bin zu schwach. Warte kurz. Seine Babyfüße. Guck mal, da hat was gebleckt. Da sag ich dann nur Blitz. Okay, okay. Ha! Was? Victory! Was mache ich heute nur wieder? Double pin 3! Quality Options. Ähm, hallo, die Qualität ist natürlich deutlich zu low. Wir sind bald da. Hallo. Klick! Also. Ähm, doch, ja. Guck, wie ich mach. Ähm, ja, also, ich hätte gerne einen Schal. Einen Männerschal. Ich hab gerade voll in die Lampe reingelangt. Scheiße. Okay, warte. Ähm, was ist denn das jetzt für ein Movement? So, ein Movement Touchpad. Oh, shit, dude. Oh, mein Gott. Warte mal kurz. Das muss ich kurz testen. Ne. Ne! Ich weiß nicht, was der Rest jetzt... Ich lass den Rest jetzt hier. Warte mal. Ja, wir ziehen uns mal hier ran. So, aus. Da muss ich mich halt einfach... Oh, fuck. Da muss ich mich halt einfach dran gewöhnen. Was können die Köpfe denn so? Hey, you bitches. What can you do? None. Fucking none, okay. Ähm, Geste. Ich kann eine Geste. Buh, bäh, bäh, bäh. Bäh, 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 bäh. Ich geh mal zur Arena. Oh, shit, dude. Oh. That's a Dildo. Palinky, Palinka. Palinky, Palinka. Okay, achtung. Mach die Waffe. Komm, ihr guckt, fuck. Der hat mir die Waffe. Warte. Hahaha. Bist du zufällig hingefallen, mein Freund. Lass mich dir helfen. Oh, nein. Wie ungeschickt von mir. BAM. Schmeißt mal euer scheiß Geld her. Ich hab gerade jemanden umgebracht. Da liegt sein Kopf. Weil du den haben. Du willst den Kopf haben. Ist in Ordnung. Luigi, du machst mich unglaublich traurig, Luigi. Du warst nur ein Bruder zu mir, Luigi. Und auf einmal doch nicht. Du pisst, ha? Luigi. Na? Ist es geil oder ist es geil, ha? Zwei Dinge aneinander, Jungs? Ich hab einen von fünf Mace-Kills gemacht. Yay. Was ist hier? Was ist da unten? Was ist hier unten? Okay. Ah. Nach unten ist die Bewegung überhaupt nicht so schlimm. Aber nach vorne, nach hinten, links, rechts ist irgendwie eklig. You are not ready. You are not ready. You are not... Unlocked. What do we got here? Defeat the Badger, man. Achilles. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas starten kann. Wir gehen nochmal hoch zur Arena. Let's go! Hab ich noch eine Waffe vielleicht? Nur die eine? Naja. Damit wird das schon gehen. Okay, warte. Stopp. Okay, ja, ist losgehen. Ist in Ordnung. Ich bin bereit. Ich muss nur noch ein bisschen ausweichen. Warte mal. Hahahaha. Bip. Oh fuck, der hat einen Held. Warte mal da stehen. Ich nack kurz noch deinen Mate aus. Nein. Hör auf, mich zu schlagen. Achtung, hier. Anal, Peter. Ich will ihm was... Geh mal zu deinem Mate darüber. Okay. Bam, bam. Wir machen einfach schnell dein Beinchen kaputt. Oh shit, dude. Come on. What do you want for me? Achtung. Was willst du? Was willst du? Hast du mich... Hahahaha. König, ich hab gewonnen. Die sind beide irgendwie zu Klumpen geschlagen. Von hin, Herr Anna. Das ist ja drei. Okay, warte. Oh fuck, warte. Okay, warte. Nein. Nein. Nein, ich will ihn doch nehmen. Ich will ihn doch nehmen. Gehst du mal hinter mir weg? What the fuck, dude? So. Das haben wir richtig. Oh shit. Oh Gott. Alter, geht's dir noch gut? Was ist denn jetzt mit dem? Ist er jetzt dort? Scheinbar. Das ist schon ziemlich nice hier, die Fighterei. Vor allem freue ich mich auf den Bogen. Ah, fuck. Warte kurz. Okay. Let's get it on, dude. Let's get it on. Come on. Come on, dude. Okay. So. Ha, ha. Okay. Komm her. Oh, bam. Oh fuck. Okay. Voll. Der hat ein Schwert. Was hat der für ein Samurai-Schwert? Ist der verrückt? Fuck, ich bin ultra gehittet. Vielleicht schmeiß ich kurz mit dem. Seinem Kopf. Warte kurz. Ma. I'm dead. Das ist ja wohl lächerlich, als wenn ich sterben würde hier drin. Zack, bum. Alinke, Alinke. Scorpio wins. Wow, shit. Okay. Okay, warte. Bam. Oh fuck, fuck. Alter. Das wird doch irgendwie zu schaffen sein. Ich muss mich, ich muss nur langsam. Oh Gott. Komm, alle gleichzeitig. Moment. Ich hab das Ding gar nicht richtig shit. Okay. Einfach den Kerl ausschalten. Und die anderen haben da auch noch ab, mein Freund. Weg mit dem Moment. So, bleib liegen, Leute. Drecksack. Was wird ihm los eigentlich da hinten? Und er. Total am abspacken. Achtung. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh Gott. Ja, ich hab mich nicht getroffen. Glück gehabt. Okay, warte. What the fuck? Ob ist denn das jetzt an? Hey. Oh. Ja, haut dich am besten selbst, dumm Batz. Oh fuck. Oh. Okay. Den hab ich ganz schön modell an der Bügel. Drecksack. Oh Gott, der hat immer noch einen Arm. What the fuck? Oh. Okay, warte, warte, warte. Ich brauch die Axt. Ich brauch die Axt. Ich brauch die Axt. Danke, nein. Oh Gott. Okay, okay, okay. Oh fuck. Ich hab eben Ultra in den Greenspiel reingekloppt. Oh der. Ha. Komm, ich hab vielleicht noch mal ab, mal packen, mein Freund. Oh nein. Oh. Okay, ich glaub, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ich muss sagen, die Bewegung ist schon irgendwie gemütlicher. Wenn man diese, diese, äh, fährt. It's just a scratch. Guck mal. Na, guck, 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 ab du mit mir ein bisschen. Oh, zack, zack. Okay. Alter, das Spiel ist brutal. Fucking brutal, guys. Ihr könnt doch nicht einfach drüber lachen, weil ich hier Leute abflach. Hallo? So, okay. Ihr seid, glaub ich, da. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Leider hab ich heute nicht so viel Zeit. Deswegen muss ich jetzt gleich wieder gehen. Ich hoffe, ihr konntet schon mal einen Eindruck von Gorn gewinnen. Da gibt's auf jeden Fall noch einiges. Die Playlist von den VR-Videos ist hier verlinkt. Das letzte VR-Video ist verlinkt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht euch ein bisschen Spaß. Ciao, ciao, ciao.